Das Wetter in Bayern überdacht, teils klar, teils bildet sich wie der Nebel, die Tiefstöte liegen zwischen minus 3 ab und einigen Alkenträgern und 6 ab und aus am Bodensee. Morgen wieder Ortsnäbel gut, die die 2.60 Uhr im Tagesverlauf auf die Sonne durch, an den Alpen und in den Hochplatten der Mittelgebirge ohnehin wieder viel Sonne. Die Höchstwerte liegen morgen zwischen 8 und 14 ab. Die weiteren Aussichten am Donnerstag meist bewölkt und gelegentlich etwas Regen. Am Freitag teils trüb oder bewölkt, teils freundlich und weitgehend trocken. 18.15 Uhr B5 Aktuell Die Nachrichten mit Peter Lasch Karlsruhe Bankkunden können zu die unrechterhobene Gebührung für Verbraucher